Die Schneider Bank, die ist entstanden ursprünglich als Auswandereragentur. Angeschlossen war eine Wechselstube für amerikanische Währung, also für US-Dollar. Diese Bank ist dann allmählich aus diesen beiden Agenturen hervorgegangen und war eigentlich für Pirmasens ganz wichtig. Bei Peter Kaiser fing eben die Mechanisierung der Schuhproduktion so um 1870 an. Zunächst mal mit Steppmaschinen, das waren in der ersten Phase Singermaschinen. Später waren es auch viele Pfaffmaschinen aus Kaiserslautern, also man ist dann stärker hier orientiert gewesen. Aber die meisten Schuhmaschinen kamen aus Nordamerika, aus den Neuenglandstaaten. Und zwar, Sie können sich das ganz einfach vorstellen, die Umgebung von Boston. Warum hat das jetzt so gut geklappt? Nun, der August Schneider, der Inhaber der Schneider & Key Bank, der hatte einen Cousin in Chicago, Georg Schneider. Und der hat auf der anderen Seite des Teiches die Geschäfte dann abgewickelt. Und auf die Art und Weise, Sie können es ja vorstellen, auch da wurden wieder Wechsel eingesetzt. Für das Auslandsgeschäft wird das heute übrigens noch gemacht. Das heißt also, hier wurde praktisch das Geld einbezahlt bei der Schneider Bank. Der Wechsel wurde ausgestellt mit einem entsprechenden Auslösedatum und dann nach Amerika versandt. Und dort wurde das Geld wieder ausbezahlt bei den Fabrikanten für die Schuhindustrie. Diese Schneider Bank wurde dann abgelöst mit dem Tod von August Schneider im Jahr 1911. Und dann ist praktisch die Deutsche Bank in die Breche gesprungen, die seit der Zeit hier in Pirmasens ansässig war. Die Fotografie eines amerikanischen Luftaufklärers aus der Zeit März-April 1945, die Innenstadt völlig zerstört. Wir können uns hier orientieren an der Ruine der St. Pirminskirche. Hier sehen wir die Ruine des alten Rathauses und gegenüber die Ruinen von der Schneider Bank und dem Café Luitpold. Das ist eine Situation gewesen, die nicht lange angehalten hat. Wegen Baufälligkeit wurden die Ruinen dann relativ schnell eingerissen. Und der Platz war damit frei, so wie er sich heute darstellt. Das Westen ist ein paar Ideen. Nur, die Justin talkin Zar Lem해서 eranzaws viel weniger als größter. Daher ولا incorporate das eine große Ideen. Natürlich wird das auch sehr Понрав ist das Schallian. Und dann sind wir das schön, die Lit volumes bestellen. Und dann werden wir das Geil dazu sage. Und dann habe ich das hier mehr Gerät.